hallo und herzlich willkommen zu rambo 6 heute in einem privaten match mit den übrigen drei verdächtigen uns besser richtig wir spielen taktischen realismus auf der web chalet was spiele man überhaupt sich irgendjemand hat jäger und wissen haben sie auch wenn sie auch verdammt was tue ich denn warum habe ich jetzt meine drohne geschmissen spiele für mitte twitch schon hat gleich keine munition richtig so gut also rein füßen könnte ich habe die dinger weg ich bin eh noch nicht am haus aber es ist auch keiner mehr drin jetzt haben wir noch zwei minuten attacke okay schau denn hast du schon was Ja, das ist ein B***h. Twitch? Twitch, B***h! ich weiß nicht ich bin hier ich bin tot das schnittl kommt die kommen beide von ich habe die tür mit dem schild im augen ich war doch drauf man ja von mir hat er ausgeschluckt du hast auch nur ein rückgang der schnittler 3 ich finde es okay aber schulen hatte eine wester eben stimmt das war die ak deutschland gefühls mehr da hast du noch fetzel zumal sich das hier hingehen ja finde ich okay warum wir müssen den bio gefahren auf der helder schützen den raum sichern wir haben ich bin in der küche da ich bin in der küche Das ist der Grosche. Der Gegner hat den Fahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Fahrgutbehälter lokalisiert. Tür verbarrikadiert. Oh, einstarrt. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Boah, hast du die im U70 gekriegt? Hahaha. Dürfte ich die ja noch mal gar nicht gesehen habe. Tja, habe ich aber. Wo geht was? Ja, das war hier. Granate reingeschmissen durch die kleine Luke. Ok. Alles gut. Ich vermute mal, dass der Dominik nach Overumrand. Mhm. Du Pisser. Ich bin verletzt hier. Und da. Dominik hat mich jetzt erschützt. Auskopfdien. Hm. Herzschlag-Sensor aktiviert. Also der könnte bei der in der Garage rauskommen. Bei der Treppe dann. Wie? Herzschlag-Sensor eingesetzt. Hm. Hm. Um. Ein langer hoorchen. Kevin Schener. Sammer kann man mit dem Puls eigentlich beim taktische Realismus keinen Herzschlag mehr. der misst von da kommen da macht die wand jetzt auf direkt vor der durch die wand auf gesprengt um nicht abzulenken dann hast gedacht es kommt auf die treppe runter richtig ich habe die ganze zeit vermutet dass ich habe gedacht hat schlag was ist los wo ist er denn ich glaube dass ich glaube das ist verkürzt ja weil ich bin auch vorher extra oben krenten es zimmer und hab auf der bote geguckt habe ich auch nichts angezeigt kriegt ok der bio gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden naja unten haben frost und ich werde verfolgt ich habe sie weg andere kommt ich noch nicht was für eine klasse frost und weiß naja und keine ahnung habe ich nicht gesehen bin da drohne weg bio gefahrgut behälter lokalisiert weiter zu seiner position ich stehe mal stark auf der küre irgendwie oder wahrscheinlich eben auch puls jetzt bin ich naja frost ist weg ich habe keinen hauwerste ok kannst du dich mal markieren jo ah alles klar streusprengsatz einsatz bereit über kameras rechts noch der fuse der ist gerade oben man geht ich noch mal bitte ich sehe das geht so ich bin da und schafft das ist über dir aber da ist eine falle an der tür ja das macht mir nix macht uns die tür auf achtung sprengfalle er hat gesehen aus der hölle kamera vorsicht hätte ich mal nix wegen der kamera externe ich habe es dort gehört aber ich habe ihn nicht gesehen ich mache den fehler dann halt wieder keine ahnung was hier ok jetzt lassen wir uns überraschen eben weil kreis drücker hat funktioniert war das so deine wahl glaube ich oben die drohne der gegner hat die behälter haben oh twitch und smoke wo ist denn wo ist denn das verhorte ding hab sie sehr gut ich habe jetzt beide mal zweimal angetötscht also dass die strichern jetzt auch rauskommt ich bin fälscher wieder mit der titel von waffe geballert könnte noch sein ist das dein ernst in der zeit was ich markiere noch mal herr 6 ich höre nichts die kommer die reine kommt die treppe hinten hoch leider geht wieder ohne das leben ist tot keine chance du eigentlich wie oft habe ich dir jetzt eine kopf schosse ich habe nur den kopf kraft wenn habe ich gar nichts von dir und jedes mal das blut gespritzt du bist nicht umfalle wirklich gott oder wie es euch gefällt ich bin unbesiegbar so wiedersehen wiedersehen